So, herzlich willkommen liebe Freunde. Mein Name ist Jivako, heute auf Deutsch. Stellt euch vor. Also, zum letzten Filmchen, was ich gemacht hatte, das war auf Englisch und es hatte seine Gründe. Und ja, es gibt den Wunsch, dass ich das Wissen, was ich dort präsentiert hatte, auf Deutsch präsentiere. Das werde ich tun und zwar sehr gerne. Und zwar werde ich das tun in der kommenden Wochenschau, die am kommenden Dienstag um 20.20 Uhr stattfinden wird. Das heißt, all jene, die dabei sein wollen, um direkt, simultan diese Übertragung von mir zu bekommen, die lade ich hiermit herzlich ein zu kommen. Und wie? Kommt auf die Internetseite, die da heißt, der grenzenlose Raum oder jivako.com. Punkt.com auf Deutsch. Ja, da könnt ihr die Zugangsdaten bekommen, um mit dabei zu sein. Denn es gibt wie immer in der Wochenschau auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Das ist mein Angebot an euch und an jeden Menschen, der wahrhaftig etwas wissen will. Die Menschen sind mir lieb. Und alle anderen, die Sülze von sich geben wollen, die sind mir auch lieb. Und das können sie auch tun. Nur das andere ist wesentlich effektiver. Also herzlich willkommen alle Menschen, die an dieser Praxis hier interessiert sind. Ich will sie gerade kurz in die Kamera halten, damit ihr einen Eindruck davon bekommen könnt, wie sowas bei mir aussieht. Ja, das ist alles in Worte gefasst hier. Alles in Worte gefasst in meinem Buch hier. Das ist ein Buch, was nicht käuflich zu erwerben ist, sondern das ist, ja, was soll man sagen. Nur für diejenigen, die wirklich Interesse haben und bereit dafür sind, das Ganze, was ich von mir gebe, einem Test zu unterziehen durch die eigene Praxis, um zu eigenen Erfahrungen zu kommen, die einem selbst beweisen werden, ob das Humbug ist oder ob das funktioniert. Ja, tun. Nicht nur konsumieren, sondern tun. Kommen, wenn Interesse vorhanden ist, oder lassen, wenn nicht. Ich mache nur Angebote die ganze Zeit. Ich bin da. Ich bin offen für all jene, die dafür bereit sind, willens sind und Lust darauf haben. Also, wir sehen uns am Dienstagabend. Meldet euch an, schaut rein, macht das rechtzeitig. Es wäre ein Jammer, diese Gelegenheit versäumt zu haben. Denn ich werde das dann nicht mehr hier in der Öffentlichkeit anbieten. Ich werde das dann in geschütztem Rahmen an diejenigen übergeben, mit Zeit, die das wissen wollen, die das haben wollen. Also, alles Gute. Einen schönen Sonntag noch. Wir sehen uns am Dienstag. Tschüss.